Hi, schön, dass du da bist. In diesem Hatha Yoga Flow werden wir uns einmal durchdehnen, bewegen und zum anderen aber auch etwas in uns schauen, etwas zur Ruhe kommen, etwas hinsetzen und auch vielleicht inspirieren lassen. Von daher kommt eine ausgewogene Mischung auf dich zu, die dich hoffentlich in die Ruhe bringt, in die Ruhe holt, sodass du dich entspannen kannst und danach dann gestärkt wieder von der Matte aufstehst. Also, komm auf deine Matte. Komm in einen Schneidersitz oder streck die Beine lang, so wie es für dich angenehm ist. Richte dich langsam auf, die Wirbelsäule lang und gerade. Roll die Schulterblätter zurück. Einfach mal kurz aufrichten, durchatmen und dann in den Moment kommen. Spüren, wie du jetzt hier gerade sitzt. Vielleicht kurz den Alltag nachwirken lassen. Wie war es aufstehen heute früh? Einfach mal kurz Revue passieren lassen, wie dein Tag war. Ohne zu werten, zu verurteilen, schlecht zu finden oder besonders positiv hervorzuheben. Versuche einfach nur wahrzunehmen, ohne zu urteilen. Und so atme einfach ein und aus. Lass die letzten Bilder zum Alltag nochmal kommen und dann aber auch wieder gehen, ohne anzuhaften. Lassen die Gedanken, die Bilder dann einfach an uns vorüberziehen. So kannst du ganz auf deine Matte kommen, ganz zu dir kommen, zu deinem Körper kommen und dann auch zu deiner Atmung kommen. Spür, wie die Atmung einfließt und ausfließt. Jeder einfließt und ausfließt. Ein und aus. Und ein, aus. 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 Der Nabel geht nach innen. Ein, aus. Ein, aus. Ein, aus. Ein, aus. Atme nochmal zwei, drei Atemzüge in deinem eigenen Tempo. Öffne dann deine Augen. Hebe deine rechte Hand, lege deinen Kopf nach rechts und ziehe deinen Kopf etwas nach rechts rüber, sodass dein linken Nackenbereich gedehnt werden kann, lang werden kann. Atmung fließen lassen. Du kannst auch ein bisschen mit der Position experimentieren. Den Kopf etwas nach vorne oder ein bisschen mehr nach hinten. Dann wechseln wir die Seite. Nimm deine linke Hand, zieh den Kopf etwas nach links, lege in Richtung linker Schulter und lass die rechte Seite lang werden. Einfach mal entspannen. Und dann wieder lösen. Bringe deine Hände aneinander, falte die Hände ineinander, die bis zu den Darmen, nur die Zeigefinger zeigen nach vorne. Lockere die Schultern und rolle dich dann nach vorne ein. Stell dir vor, du bringst die Ohren Richtung Arme oder zwischen deine Arme. Du ziehst dich rund, ganz nach vorne. Nabel nach innen ziehen und noch mal halten. Runder und runder. Löse dann langsam wieder auf. Atme noch mal durch. Rolle deine Schulterblätter zurück. Stelle deine Hände, deine Finger hinten auf, deine Fingerspitzen auf der Matte. Drehe den Kopf dann nach links. Schaue über deine Lenke-Schulter und achte darauf, dass der Nackenbereich wieder lang werden kann. Einatmen. Ausatmen. Und wechsle so fließend die Seite einmal nach rechts rüber. Lange Seite, langer Nacken. Einmal entspannen. Und komm wieder zurück zur Mitte. Lege deine linke Hand an deine Matte an der Seite und hebe deinen Arm, den rechten nach oben. Ziehe dich weit rüber nach links. Mit der unteren Hand kannst du immer noch ein bisschen weggehen, so dass du dich noch weiter reinlegen kannst. Achte darauf, dass deine rechte Körperseite lang ist. Vom Bauch an der Seite bis zum Arm. Wechsel dann die Seite. Die rechte Hand legst du zur Matte. Den linken Arm lang über den Kopf und die Handfläche zeigt zur Matte. Zieh dich wirklich bis zur Fingerspitze lang. Nochmal Länge schaffen. Die Sitzhäcker bleiben jedoch auf der Matte. Und dann lösen. Bringe deinen linken Arm auf deinen unteren Rücken und den rechten Arm nochmal über deinen Kopf. Lege dich so nochmal nach links hinein. Einmal nochmal lang ziehen in der Seite. Seite wechseln. Wir nehmen die rechte Hand auf den unteren Rücken, den linken Arm über den Kopf und ziehen uns genauso lang. Atmung einfach fließen lassen. Und bringe deine linke Hand dann auf den Rücken, die rechte Hand an dein linkes Knie und drehe dich hinein. Drehe dich aus der Lendenwirbelsäule immer weiter nach oben. Zum Schluss den Kopf. Einen Moment halten. Und Seite wechseln. Die rechte Hand auf den unteren Rücken, die linke Hand ans rechte Knie und drehen. Einmal den unteren Rücken, und dann die Brust. Zum Schluss den Blick über die Schulter. Nochmal einatmen. Ausatmen. Löse die Position. Bringe deine Arme dann horizontal. Die Handflächen schauen zum Himmel. Die Daumen nach hinten. Mit dem Ausatmen rolle dich nach vorne ein. Drehe dich an den Daumen. Dann wieder bis sie untenrum nach hinten schauen. Mit dem Einatmen wieder nach oben aufdrehen. Kopf in den Nacken legen, ganz sanft. Und ausatmen. Wir drehen uns wieder nach innen. Einatmen. Wieder aufdrehen. Und ausatmen. Wieder eindrehen. Einatmen. und aufdrehen. Und ausatmen und eindrehen. Einatmen und aufdrehen. Brust weit. Ausatmen und eindrehen. Mit dem nächsten Einatmen bringe die Arme weit über deinen Kopf. Ausatmen. Bringe die Arme ins U. Die Ellenbogen nach unten. Atme ein. Die Arme über vorne nach oben strecken. Ausatmen ins U. Die Ellenbogen an der Körperseite. Hände wieder zur Matte. Einatmen. Arme über vorne nach oben. Ausatmen. An die Seite. Ins U. Schulterblätter anziehen. Einatmen nach vorne und oben. Ausatmen. Ins U. Einatmen nach vorne und oben. Streck dich lang. Ausatmen ins U. Atme ein. Bringe die Arme in die Horizontale. Ausatmen. Umarm dich einen Moment. Halte die Hände an den Schulterblättern. Ganz fest. Bleibe in Kontakt mit dir. Atmung fließen lassen. Mach dich rund. Halte dich. Atme ein. Nochmal weiten. Brust weiten. Und löse die Arme dann. Komme dann langsam wieder in den Fersensitz. Richte dich auch hier wieder auf. Lockere die Schultern. Lass die Brust nach vorne und oben streben. Atme einfach einen Moment durch. Ganz entspannt. Ganz ruhig. Bringe dann deine rechte Hand auf deinen unteren Rücken. Greife mit der linken Hand ruhig ran. Und mache dann eine Faust. Oder falte beide Hände ineinander zu einer Faust. Ziehe die Faust an deine Körperseite links. Und lege deinen Kopf nach links hinein. So kann die Schulter gedehnt werden. Der Nackenbereich lang werden. Nochmal dehnen. Einatmen. Und ausatmen. Ganz entspannt. Löse die Faust an und bringe sie auf die andere Seite nach rechts rüber. Dehne wieder die Schulter. Lege den Kopf nach rechts in Richtung deiner rechten Schulter. Achte darauf, dass deine Seite links lang werden kann. Und bleibe mit deinem Bewusstsein ganz bei der Atmung. Du atmest einfach ein und aus. Nimmst die Dehnung wahr. Bist dankbar für deine Zeit, für dich. Bringe deine Arme dann einmal nach hinten. Strecke dich lang. Die Faust zieht nach hinten und oben. Die Brust nach hinten und unten. Die Brust nach vorne und oben. Einmal Schulter dehnen. Und atme nochmal durch. Löse die Hände dann einmal lockern. Und komme in einen Vierfüßerstand. Bringe die Hände unter die Schultern. Die Knie unter die Hüfte. Lasse dein Gesäß dann ab nach hinten. Deine Unterarme zum Boden und komme ins Kind. Die Stirn auch am Boden. Lasse den Rücken einmal lang werden. Der Po muss nicht zu den Fersen kommen. Er kann. Und wenn deine Stirn nicht zum Boden kommen möchte. Dann lege ein Kissen oder ein Buch unter. Oder einen Yoga-Block. Ansonsten ziehe dich etwas länger noch nach vorne. Spür, wie die Rückseite lang werden kann. Der Rücken lang wird. Die Arme lang sind. Und gib dein Gewicht für einen Moment ab. Einatmen in den Rücken. Und ausatmen. Kommen wir dann für einen Moment in die vollendete Kindhaltung. Und lege die Arme an deine Seiten ab. Arme und Handrücken am Boden. Und atme nochmal ein. Und aus. Lass allen Stress, alle Anspannung los. Einfach nur atmen. Abgeben. Loslassen. Und atmen. Vielleicht auch mal kurz lächeln. Ein kleines Lächeln über deine Lippen kommen lassen. Spüren, wie es dir geht. Und ein bisschen Freude entwickeln. Und aufbauen. Das klingt leichter. Also es ist, ich weiß. Es ist nicht jeder gleich. Komme dann mit den Händen nach vorne. Löse die Stirn vom Boden. Und ziehe dich noch einmal lang nach vorne. Bleibe dabei auf den Fingerspitzen. Spüre, wie die Schulterblätter aktiv sind. Der Rücken lang werden kann. Halte die Dehnung noch mal ganz lang. Bringe die Hände dann wieder zur Matte. Und schiebe dich nach oben auf in einen Vierfüßerstand. Erde dich fest mit den Händen, mit den Knien. Und bei den Händen achte darauf, dass du genauso die Finger mit in den Boden drückst. Wenn der Ausatmen kommt, komme in einen runden Katzenrücken. Drücke dich hinaus. Den Nabel ziehst du nach innen. Einatmen, komme in einen Pferderückenblick nach vorne. Nabel zieht zum Boden. Ausatmen, Katzenbuckel. Drücke die Hände in den Boden. Einatmen, Pferderückenblick nach vorne. Die Brust schiebt zwischen den Armen hindurch. Ausatmen, Nabel einziehen. Einatmen, Blick nach vorne, Pferderücken. Ausatmen, rund in die Katze. Einatmen, Pferderücken. Achte darauf, dass du in der Lendenwirbelsäule beginnst und zum Schluss erst den Kopf, die Halswirbelsäule einrollst. Und nochmal ausatmen, Katzenbuckel. Soweit du kannst. Und einatmen, Pferderücken. Auch hier, soweit du kannst. Bleibe in Bewegung. In deinem Atemrhythmus. Einatmen, Pferderücken. Ausatmen, Katzenbuckel. Einatmen, Pferderücken. Ausatmen, Katzenbuckel. Und stelle dich dann wieder stabil hin. In einem Vierfüßerstand. Stelle dein rechtes Bein dann hinten auf. Atme ein und hebe das Bein nach hinten und oben. Ausatmen, bringe das Knie vor deine Brust rund. Einatmen, strecke dein Bein. Ausatmen, bringe es nach vorne, Rücken rund. Einatmen, Bein strecken. Die Ferse zieht weg. Und ausatmen, bringe Knie und Stirn zusammen. Oder fast. Einatmen, Bein lang. Ausatmen, Stirn und Knie zusammenziehen. Einatmen, Bein lang. Die Ferse zieht weg. Ausatmen, Stirn und Knie zusammenbringen. Einatmen und Länge schaffen. Ausatmen, Knie und Stirn zusammen. Einatmen, langes Bein. Und wieder aufstellen. Wir wechseln die Seite. Hebe dein linkes Bein nach hinten. Die Ferse strebt weg. Ausatmen, nach vorne ziehen. Einatmen, lang. Ausatmen, bringe die Stirn und das Knie fast zusammen. Und einatmen, Länge schaffen. Ausatmen, Knie anziehen. Einatmen, Länge schaffen. Und ausatmen, nochmal rund. Einatmen, lang. Ausatmen, rund. Und wieder aufstellen. Stell dich stabil im Vierfüßer hin. Komme dann in einen Fersensitz. Sitze dich einfach ab. Wenn dir das nicht so gut tut, dann setze dich in den Schneidersitz oder lass die Beine nach vorne kommen. Und dann gehen wir nochmal über in die Entspannung für unseren Nackenbereich, für den oberen Rücken. um diese Entspannung nochmal zu vertiefen. Bringe dann deine rechte Hand auf deinen unteren Rücken. Greife mit der linken Hand ruhig ran. Und mache dann eine Faust oder falte beide Hände ineinander zu einer Faust. Ziehe die Faust an deine Körperseite links. Und lege deinen Kopf nach links hinein. So kann die Schulter gedehnt werden, der Nackenbereich lang werden. Nochmal dehnen. Einatmen und ausatmen. ganz entspannt. Löse die Faust an und bringe sie auf die andere Seite nach rechts rüber. Dehne wieder die Schulter und lege den Kopf nach rechts in Richtung deiner rechten Schulter. Achte darauf, dass deine Seite links lang werden kann. Und bleibe mit deinem Bewusstsein ganz bei der Atmung. Du atmest einfach ein und aus. Nimmst die Dehnung wahr. Bist dankbar für deine Zeit, für dich. Bringe deine Arme dann einmal nach hinten. Strecke dich lang. Die Faust zieht nach hinten und oben, die Brust nach hinten und unten, die Brust nach vorne und oben. Einmal Schulter dehnen. Und atme nochmal durch. Löse die Hände dann. Einmal lockern. Atme dann nochmal ein und aus. Wenn du magst, schließe deine Augen, drehe deine Handflächen zum Himmel, richte dich auf und komme ins Spüren. Ins Spüren deines Körpers. Wie fühlt sich dein Körper jetzt gerade an? Und dann noch ins Spüren deiner Atmung. Wie fließt die Atmung in den Bauch? Also vielleicht ein Zeichen für deine Entspannung. Stress ist weg oder in die Brust? Ist deine Atmung eher kurz oder hast du lange Atemzüge? Einfach wahrnehmen, was jetzt gerade ist. Einatmen und ausatmen. Und so nehmen wir uns nochmal ein paar Minuten Zeit, hier einfach zu sitzen. Solltest du die Position zwischendurch mal wechseln wollen? Überhaupt kein Problem. Es ist deine Zeit und du entscheidest auch, wie du sitzt, wie du dich wohlfühlst. Wenn die Wirbelsäule lang und gerade sein kann, ist es meistens ein bisschen leichter, sich ganz bewusst auf sich zu konzentrieren, weil wir schon die Wirbelsäule stabilisieren und ein Bewusstsein dafür haben. Aber zwing dich zu nichts. Und so atmen wir einfach ein und aus und wieder ein und aus. So gebe ich dir heute nochmal ein paar Gedanken mit auf den Weg. und die Gedanken kommen jetzt nicht von mir, sondern sind von Satguru. Er ist sehr inspirierend und hat immer inspirierende Geschichten und Ideen, neue Perspektiven für uns. Und so habe ich mal ja was übersetzt zum Thema schenkt dir selbst ein Lächeln und er stellt die Frage an uns. Ich stelle sie jetzt einfach an dich. Was ist das Wichtigste in deinem Leben im Moment? Seine Antwort, du lebst. Du lebst im Moment. Und weil du lebst, wird Geld, dein Job, deine Familie, deine Gesundheit wichtig. Nur weil du lebst. Stell dir mal vor, wie du morgen früh aufwachst und mach dir dann bewusst, du wachst auf. So traurig das klingt, vielen Menschen auf dieser Welt ist dieses Glück nicht gegeben. deshalb schenk dir morgen früh ein großes Lächeln, wenn du aufwachst. Nimm dir vor, das jeden Morgen zu tun. Schenk dir jeden Morgen ein großes Lächeln, wenn du aufwachst. Check. Schenk dir ein Lächeln. Dann schau dich um, ob die wichtigsten Menschen in deinem Leben da sind. Check. Schenk dir ein weiteres Lächeln. Wahrscheinlich schaust du dann auf die Uhr und der Tag beginnt. Versprich mir, jedes Mal, wenn du auf die Uhr schaust, schenk dir ein Lächeln. Ja, wir sind sterblich und unsere Leben vergehen wie ein Wimpernschlag. Doch wer hat festgelegt, dass wir so effizient wie möglich leben müssen? Es muss ja auch keiner so effizient wie möglich sterben. Wenn es uns gut geht, verfliegt die Zeit geradezu. Fühlen wir uns schlecht? Will die Zeit einfach nicht vergehen? Stell dir daher mal einen Kirschbaum vor, als Idee. dieser bringt jeden Tag süße Früchte hervor. Einfach so. Man muss ihm das nicht beibringen. Für vielen Menschen, die sich schlecht fühlen, muss man zeigen, wie sie diese Süße, diese Freude in sich selbst hervorbringen, Tag für Tag. Du hast somit selbst in der Hand, ob du ein freudvoller, glücklicher Mensch bist. Äußere Dinge funktionieren manchmal, manchmal. auch nicht. Lass die Dinge daher sein, wie sie sind. Wenn du selbst glücklich, zufrieden und furchtlos bist, gehst du aufrecht durchs Leben, egal was kommt. Du tust alles, was du kannst. So bist du glücklich durch dich und in dir. Schenk dir selbst ein lächeln. So hat mir noch mal ein und noch mal aus mit einem breiten lächeln übers ganze Gesicht und spüre, wie du Energie bekommst. Wie das lächeln dir Kraft gibt, Freude gibt, Mut. lächeln, auftanken, atmen. Aber noch mal ganz tief einen in den Bauch und öffne und öffne langsam deine Augen. Bringe deine Hände vor deine Brust und reibe deine Hände einmal ganz kräftig aneinander. Reibe einmal an dein Bein, hol dich damit langsam wieder zurück in den Moment, in den Alltag. Reibe an deinen Armen. Einmal fühlen. Atme noch mal durch und bringe deine Hände noch mal vor dein Herz. Verneige dich. Namaste, verneige mich vor dir. Dankeschön, dass du heute mitgemacht hast bei diesem Hatha Yoga Flow. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Stunde wiedersehen. Mach's gut! Schocho P Scho하